Heute geht es um FakerJS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute gibt es mal wieder eine Vorstellung einer JavaScript-Library. Und zwar habe ich das schon eine ganze Zeit nicht mehr gemacht, deswegen dachte ich, würde es mal wieder Zeit. Und zwar geht es heute um FakerJS. Wir werden heute gucken, was kann das Framework, bzw. die Library, was können wir damit machen und warum ist es vor allem so praktisch für fast jedes Projekt. Was heißt, wir werden uns heute diese Library mal ein bisschen genauer angucken und ansonsten, wenn ihr wie immer Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung, ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Join in der Community, sagt hallo. Ansonsten legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Und zwar bin ich hier schon auf der GitHub-Repository-Seite von FakerJS. Der Link wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ein Live-Code oder eine Code-Übersicht von dem, was ich in diesem Video baue, gibt es nicht, weil es lohnt sich schlicht nicht. Also wir bauen jetzt nichts, sondern ich zeige euch einfach nur, was ihr mit Faker machen könnt und wie es funktioniert. Und naja, was ist der grundsätzliche Sinn von Faker? Und zwar Generate Massive Amounts of Fake Data in the Browser or Node.js. Was heißt, ihr könnt damit jede Menge Daten einfach faken. Und zwar, wenn man ein bisschen runterscrollt, seht ihr hier eine endlos lange Liste von allen möglichen Werten, die ihr faken könnt. Von einzelnen Worten bis zu Wörtern, bis Sätzen, bis zu ganzen Paragrafen, Texten, Lines, irgendwelchen Namen, zum Beispiel Jobtitel oder sowas. Und ihr kriegt damit einfach deutlich besser aufgeschlüsselte Geschichten. Das heißt, wenn ihr beispielsweise einen Frontend entwickelt, könnt ihr hier direkt so etwas angeben, wie eine Telefonnummer oder First Name und Last Name. Und es sieht einfach besser aus, als wenn ihr da irgendwie ASD reinschreibt oder irgendwie Lorem Ipsum nutzt. Auch wenn ihr zum Beispiel die Paragrafen hier definitiv Lorem Ipsum sind. Aber grundsätzlich, wie könnt ihr Faker.js nutzen? Als erstes gebt ihr einfach ein npm i faker und dann minus minus save minus dev. Damit habt ihr Faker als Node-Module installiert. Und das nächste, was wir hier machen müssen, ist das Ganze zu importieren. Und das funktioniert, naja, ziemlich einfach. Und zwar einfach mit Import und dann Everything as Faker from und hier Faker. Das heißt, damit haben wir Faker jetzt installiert. Und wenn wir hier eingeben können, so log faker.name.firstname, dann kriegen wir hier auch schon unsere Ausgabe. In unserem Fall kommt hier jetzt ein Name, nämlich Kendrick zurück. Und jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Skript nur ausführe, steht hier zum Beispiel Willow oder hier steht Maria oder wie auch immer man das ausspricht. Auf jeden Fall so könnt ihr Faker.js nutzen. Ihr könnt natürlich hier sehr kreativ werden. Zum Beispiel könnt ihr natürlich auch hier Adresse und dann Breitengrad ausgeben lassen. Oder ihr könnt auch hingehen und zum Beispiel ein Datum ausgeben lassen. Zum Beispiel Faker, Date und Future. Dann kriegt ihr hier ein Datum ausgegeben. Was heißt, nicht wirklich schwer. Ihr habt hier gerade die Liste gesehen. Ich habe noch nie die Situation gehabt, dass mir irgendein Datentyp hier gefehlt hat. Und ansonsten habe ich mir den aus mehreren Datentypen einfach zusammengebaut. Das Ganze könnt ihr ziemlich einfach machen, indem ihr zum Beispiel Punkte kombiniert. Aber zuerst haben einige Datentypen, zum Beispiel Random und dann hier nicht Future, sondern Number, auch so etwas wie Werte. Was heißt, wir haben jetzt hier 16.329. Wollen wir vielleicht nicht, sondern wir wollen ja vielleicht Min 5 und dann Max 15. Was heißt, wenn wir das machen, generiert er uns einen Wert innerhalb dieser Reichweite. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn wir gezielt irgendwelche Altersangaben haben wollen oder so etwas. Und man kann das Ganze natürlich auch mit komplexeren Kommentaren versehen, um so etwas hier zu machen. Zum Beispiel Verknüpfe, mehrere Attribute, um so eine Ausgabe zu erzeugen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon den Sinn verstanden. Ihr könnt damit halt sehr leicht Daten faken, ohne euch die Mühe zu machen, euch selbst irgendwie was hinzuschreiben. Und trotzdem ergibt das Ganze später Sinn. Was heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel console.log und dann sage faker.internet.email, dann kriege ich hier eine wirkliche E-Mail-Adresse. Was heißt, ihr seht hier, das könnte wirklich eine E-Mail-Adresse sein. Und wenn ihr die zum Beispiel ausgebt, sieht das Ganze einfach in eurem Frontend deutlich besser aus, beziehungsweise glaubwürdiger und einfacher zu verstehen. Aber ja, wie hilft mir Faker jetzt in meinem wirklichen Arbeitsalltag als Frontend-Entwickler? Prinzipiell gehen wir hier erstmal ein bisschen nach unten, damit wir ein bisschen Platz haben. Und zwar sagen wir jetzt, wir haben eine Funktion. Diese Funktion heißt einfach getUser. Prinzipiell kann diese Funktion nicht sonderlich viel. In der Regel gibt es vom Backend eine Funktion. Also wir würden jetzt mit getUser einen HTTP-Request, einfach ein getRequest starten. Und diese Funktion würde uns in diesem Fall ein Objekt zurückgeben. In diesem Fall ist es jetzt gerade leer. Und wenn ich diese Funktion aufrufe mit getUser, dann kriegen wir ein leeres Objekt zurück. Wenn wir jetzt im Frontend arbeiten wollen und ihr habt euch zum Beispiel, habt ihr jetzt angefangen und die Backend-Schnittstelle für den User gibt es noch gar nicht, dann können wir jetzt hingehen und zum Beispiel ID und sagen Faker.internet. Ne, stimmt gar nicht. Random.ujuid und generieren uns hier zum Beispiel eine Random-ID. Seht ihr, hier unten wurde ausgegeben. Wir können jetzt aber auch hingehen und sagen Name, Faker.name.firstname. Zack und außerdem wollen wir hier Avatar, Faker.internet.avatar und haben jetzt hier auch noch einen kompletten Avatar generiert. Was heißt, wenn wir jetzt hier sagen Avatar, sehen wir, wir kriegen hier einen kompletten Link zurück. Was heißt, ihr kriegt auch wirkliche Bilder. Was heißt, das ist jetzt irgendein Profilbild. Wenn ich das jetzt im Browser aufrufen würde, würde das irgendein Random-Bild sein. Ich weiß gar nicht so genau, woher Faker die Daten bezieht. Auf jeden Fall, beziehungsweise hier ist es glaube ich Twitter. Faces Twitter, jo, kommt direkt von Twitter. Was heißt, sind irgendwelche Twitter-User, die ihre Daten zur Verfügung stellen. Das ist natürlich nicht so schön für Twitter-User. Aber prinzipiell könnt ihr damit, wie gesagt, Daten faken. Und wir könnten jetzt hingehen und unser Frontend entwickeln, weil wir ein per Zufall generiertes Objekt haben, was aber schon einem vordefinierten Datensatz entspricht. Natürlich muss man das jetzt noch ein bisschen anders sehen. Was heißt, wir können jetzt auch hingehen und sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht aus einem bestimmten, also wir haben zum Beispiel einen bestimmten Typ von Status, den wir haben. Und sage ich jetzt einfach mal Status ist ein Array. Und hier sagen wir aktiv und inaktiv. Was heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Statuswerte und unsere User bekommen später immer einen Status mitgegeben und der soll entweder aktiv oder inaktiv sein. Dazu können wir jetzt einfach sagen Faker Punkt. Und wir rufen jetzt einfach das Ganze auf, indem wir sagen Random und dann Array Element und geben hier einfach unseren Array an. Und in dem Moment wird Status von Faker selbst einfach von diesem Array, den wir definiert haben, hier oben genutzt. Was heißt, hier zum Beispiel aktiv, wenn ich das Ganze jetzt einmal neu generiere. Es ist immer noch aktiv, ist halt per Zufall. Was heißt, muss man überlegen, wann es dann irgendwann eventuell nicht mehr aktiv ist. Interessant. Das macht einfach nie passiv. Oder auch jetzt. Jetzt ist es inaktiv. Und jetzt ist es wieder inaktiv. Jetzt ist es wieder aktiv. Okay, es funktioniert wunderbar. Was heißt, wir haben jetzt aus unserem Array hier oben einfach per Zufall einen Wert generiert. So könnt ihr zum Beispiel auch fest definierte Geschichten ziemlich einfach lösen. Aber wie ich das Ganze oder warum ich das so gerne nutze im Frontend ist, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, mehrere verschiedene Geschichten aufgebaut. Ich habe hier drei verschiedene Parameter und im Frontend setze ich jetzt zum Beispiel mit Angular das Ganze irgendwie ein und ich gehe davon aus, dass Name immer besetzt ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Backend mal einen Fehler macht oder irgendwie anders sich im Bug eingeschlichen hat und Name hier nicht definiert ist. Was heißt, Name ist vielleicht leer oder null oder undefined oder hier steht vielleicht nichts, ist ein leerer String oder irgendwas. Und das können wir jetzt zum Beispiel auch super faken. Und zwar sagen wir einen zweiten Array und sagen Error Cases und definieren uns hier jetzt, okay, das erste ist null, das zweite ist undefined, das dritte ist ein leerer String und das vierte ist ein leerer String mit Leerzeichen drin. Was heißt, das sind jetzt mal so ein paar Cases, die hier auftauchen können. Und jetzt können wir nämlich hingehen und sagen zum Beispiel hier bei Name faker.random.boolean. Was heißt, wir wollen einen zufälligen True oder False Wert sagen, Fragezeichen. Was heißt, wenn das hier zum Beispiel true ist, dann soll er uns einfach einen Namen generieren. Wenn das nicht true ist, dann soll er uns einfach ein Array, also einen Statuscode, aus unserem Array generieren. Was heißt, wenn wir das jetzt so hinterlegen und jetzt hier einfach mal den Namen aufrufen, dann sehen wir hier jetzt, okay, das hat funktioniert. Das hier wurde als true definiert und wir haben einen Namen zurückbekommen. Aber zum Beispiel jetzt haben wir auch nur einen Namen zurückgekriegt und jetzt haben wir nicht zurückgekriegt und jetzt haben wir irgendwas anderes zurückgekriegt. Was heißt, jetzt kriegen wir null und so könnt ihr zum Beispiel arbeiten und das Ganze abfangen. Das heißt, wenn ich das jetzt in Angular benutzen würde, würde ich auf einmal bei Name einen Fehler bekommen. Ich würde einfach null bekommen, irgendein Bug würde auftauchen und ich wüsste, hey, ich müsste irgendeinen Fallback bauen. Zum Beispiel, Name ist nicht bekannt, wenn das null oder undefined oder einfach ein leerer String ist. Dann müsste ich das jetzt abfangen und dann wäre mein Frontend einfach eine ganze Ecke stabiler. Natürlich könnt ihr das auch noch erweitern und zwar können wir auch noch sagen, okay, als erstes, wenn wir jetzt so ein Objekt erstellen, soll als erstes mal geprüft werden, true oder false. Wenn das Ganze true ist, gibt uns unser Objekt zurück. Wenn das Ganze false ist, dann wollen wir das natürlich nicht komplett zurückgeben, sondern dann wollen wir vielleicht einfach sagen new error und schicken hier einfach keine Daten vorhanden. Einfach ein Status beziehungsweise ein Error-Code zurück und kriegen jetzt hier beispielsweise ein Error zurück, wenn das Ganze funktioniert hat. Jetzt hat es funktioniert, wir kriegen unser Objekt. Ich muss noch mal kurz aktualisieren. Jetzt hat es ein Error ausgelöst, was heißt, wir könnten jetzt auch komplett eine Fehlermeldung einblenden im Frontend, weil unser Fake-Backend uns einfach eine Fehlermeldung rausspuckt per Zufall und so wird euer Frontend deutlich stabiler, wenn ihr wirklich jede Angabe so aufbaut, was heißt, davon ausgeht, dass jedes dieser Werte irgendein Random-Wert sein könnte und das ganze Ding auch komplett Fehler ausspucken könnte, irgendwelche Random-Geschichten, sodass euer Frontend auch mit Fehlern klarkommt und nicht abstürzt oder sich irgendwie anderweitig, ja, unerwartet verhält und das Ganze ist ziemlich cool. Ich finde es sehr, sehr praktisch. Schreibt doch mal in die Videokommentare, ob ihr in Zukunft gerne mal ein Video oder eine Videoreihe hättet, wo man mal so einen kleinen, ja, Demo-Backend-Fake-Service baut, auch richtig mit Post-Schnittstellen, Getschnittstellen und so weiter und so weiter. Was heißt, ja, wenn euch das ganze Video gefallen hat, ja, schreibt das doch einfach mal unten in die Videokommentare. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritiker wie immer habt und in der Videobeschreibung Links zu Social-Netzwerken, Links zu Affiliate-Links, dort könnt ihr diesen Channel unterstützen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Tschüss und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020